Hi und herzlich willkommen, ihr drückt es rein weiter in Folge Sommer und ja, wir waren in der letzten Folge fast verreckt, weil wir hier rumgelaufen sind. Ich habe Panik bekommen, weil die Lichter ausgegangen sind, weil wir einen Chip gefunden haben vorher und eben hier auf dem Weg hierhin waren. Und ja, wir sind noch immer halb tot, das Viech steht da gerade vor der Tür und ich glaube, ich habe gerade den Chip formatiert. So nehme ich den mal wieder. Wenn ich mich töten will, soll ich mich gerne töten. Ich weiß den Weg noch. Dann, wenn ich es jetzt nicht so super tolle Farbstreifen hier. Was hast du denn? Ist jetzt schon wieder da. Oh du Kackviech! Geh mal weg jetzt! Steht genau vor der Tür. Steht genau vor der Tür. Jetzt nehme ich mal. Da läuft es. Siehst du es? Hallo! Ich kann dir mal rauswinken. Mit dem lieben Aircast sagen, dass ich mal weggehen soll. Mmmh, siehst du lecker aus. Hallo übrigens. Geh wieder raus. Wer mir lieber weiß, oder? Bist du dich gerade selber? Ja, gut. Tschüssi! Ist gut! Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Ich stampft einfach davon, der Acres. Muss eigentlich auch mal los. Kackviech! Echt! Ich will doch nur raus! Das hat sie mich ganz bestimmt. Ja, ach komm, töte mich kurz bitte. Oder geh weg von mir, ist auch gut. Hallo, ich hab nicht die Zeit dazu. Da läuft's. Was ist hin? Kann ich da lang gehen? Ich geh mal da lang. Da ist die Wand. Gut, da kann ich nicht lang gehen. Hallo, ich hab mal jung. Da ist er ja wieder. Tu mir mal weg von dir. Ja, ich mein, wir haben schon mal raus geschafft aus dem Raum. Das ist schon mal super. Ich hätte den Raum wieder entriegeln können. Ich hätte mal außen rum gehen können. Ich mach mal ganz kurz was. Bin gleich wieder da. Kollege. So. Da ist er ja wieder. Ja, Kollege. Da in der Ecke stand man grad. So. Ja. Ja, der ist, wie sie meistens aufwärteilen. Ich mache das noch mal an. Du siehst du, wie siehst du, wie siehst du, das dann? Komm. Du siehst du. Sonst. Du siehst du nicht. Sonst. Und du siehst du bist. Ich kann den nicht einsperren. Verdammt. Ich mache den Raum nochmal zu. Vielleicht ist er gerade drin und es geht doch irgendwie bei den Einsperren. So. Nein, ich... Den hier. Wäre ganz cool. Wäre ganz cool. Ah Na 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 Oh, da drinnen ist es. Bitte sieh mir nicht. Geht schon wieder genau die Richtung, wo ich auch hin muss. Muss zur Tür. Hallalalalalalalala. Hallöchen. Hallöchen. Ach so Mann, du Wittermausstörungen. Oh nein, wir können nicht aufmachen, weil wir glaube ich keine Priegelungsforme haben. Ach, geh doch mal weg jetzt. Alter Penner ey. Irgendwas fehlt. Ich weiß es nicht, was fehlt. Wenn wir jetzt aber keine Verregelungspower mehr haben, beziehungsweise Entregelungspower, wie auch immer das heißt und was es ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man da beschränkt Türen auf und zu machen. ... 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 egal ich gehe transport was auch immer endlich da raus ich weiß nicht wie viele folgen wir da drin waren ich habe keine ahnung aber endlich raus da auch ja jetzt eine bodenklappe ist das dein ernst Aua ich weiß nicht wieviel uns das tut aber Aua ich meine wir waren eh schon halb tot ok klettern wir halt wieder rauf wow magst du bitte nicht alles zerfressen wir haben da nix zum hirn Öl ich mag Öl ok ah es ist nicht gut bleibt mal kurz zu bitte schlossen ach man ey kann man nicht rein ist hier vielleicht noch was drin in dem papierkorb scheint nicht so da ist ein Auge drauf ok ich dann gehe ich mal da lang jetzt bin ich überredet ok ich hasse dass die Tür so langsam aufgeht kann ich kann ich ich weiß nicht ob das so gut ist wenn wir hinter uns wieder zu machen äh oh hallo hallöchen kollege huch gut hier überlastet was mit dir jaa das war jetzt für ein bespiel oder wie ich weiß es nicht ach man ey oh man ey Du willst mich nicht? Ja, natürlich nicht. Was ist passiert? Wenn ich nicht will? Alter, was? Al... Die verfluchte, wow! Du kacklebenshaltung! Er hat gespeichert, also wir können jetzt wieder rumlaufen. Da können wir nicht mehr rein, okay. Oh, Hallöchen! Und wir sind wieder voll geheilt? Ach, und das ist jetzt... Gelb. Ich guck erstmal da rein. Bevor ich jetzt gleich wieder sterbe. Oh, hallo, Kollege! Oder Kollegin. Ich hab da einen Ausweis, ich möchte den gerne angucken. Naja. Kann ich, kann ich... Ich hab keine Omnitool mehr, ne? Doch, er kann sich reinpacken. Hä? Okay. Kann ich hier was machen? Aber... Sie ist nicht umsonst offen. Sie ist nicht umsonst offen. Hä? Was kann ich hier drin machen? Nichts wahrscheinlich. Gut! So weit, so gut. Oh, hallo! Na du? Wie geht's dir? Na du? Wie geht's dir? Oh. Okay. Ähm. Gut. Bevor wir jetzt da reingehen. Was ich eigentlich nicht möchte. Sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind nämlich eh schon wieder bald bei... 20 Minuten. Und äh, ja. Letzte Folge war eh ne Ausnahmefolge. So lange will ich die Folge eigentlich gar nicht machen. Naja. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut aus rein. Ich bin raus. Und tschau tschau.